Ah, Pia, du trägst ja deinen Verband gar nicht mehr. Ist jetzt alles von unserem Chemieversuch letztens verheilt? Ja, soweit eigentlich schon. Ich meine, da ist noch ein bisschen Schorf drauf oder so, aber ich lasse das dann. Das verheilt schon noch. Äh, abgesehen von mir, Hanna, wie läuft es eigentlich mit Philipp? Ich meine, du hast doch erzählt, dass du mit ihm schon im Einkaufszentrum warst, um Eis zu essen. Und wie geht es jetzt weiter? Ich meine, bist du noch irgendwie sauer auf ihn? Naja, direkt sauer bin ich nicht, aber ich bin irgendwie, also es gefällt mir immer noch nicht, dass er mich in diese ganze Feuerwehrgeschichte nicht eingebunden hat. Und deswegen lasse ich ihn jetzt ein bisschen zappeln. Jetzt soll er sich mal bei mir melden. Oh Mann, Hanna, da kannst du aber lange warten. Ich meine, Jungs und den ersten Schritt machen, ich weiß ja nicht. Du willst ja darauf bestehen. Also von uns Jungs brauchst du nichts erwarten. Ich meine, wir haben sowieso einen enormen Druck immer, dass wir uns melden müssen. Und ich weiß nicht, das ist schon eine Belastung. Also ich mach das nicht mehr mit bei euch, Mädchen. Ganz genau. Ich meine, die Frau muss sich auch mal selber kümmern. Das ist Emotion. Emma, du weißt schon, dass du auf Klo bist. Also musst du da jetzt etwa wirklich so ein Statement raushauen? Oh Mann. Oh Mann, Geschwister. Könnt ihr vielleicht mal aufhören, eure Ohren überall zu haben? Und Emma, das heißt Emanzipation und nicht Emotion. Emotion ist irgendwas von Chemie oder so. Ja, ja, ist ja gut. Dann hab ich mich irgendwie vertan. Ich meine, wenn du das hier durch das ganze Haus schreist mit Philipp und so, dann kann ich ja auch nicht eins dazu zuhören. Oh Mann, Hanna, du hast manchmal echt nervige Geschwister. Aber ich bin irgendwie schon der Meinung, dass du dich auch trauen solltest, dich bei ihm zu melden. Ach, meinst du wirklich, Pia? Was soll ich denn sagen? Julian, kannst du mir mal bitte sagen, was da eben gerade los war? Warum schreit ihr denn da oben so rum? Habt ihr euch gestritten? Nein, also eigentlich nicht. Aber Hanna muss ja von ihrem Beziehungsproblem mit Philipp mal wieder erzählen. Und naja, du weißt, das interessiert uns irgendwie alle. Wirklich? Ich meine, Hanna hat Beziehungsprobleme? Davon wusste ich gar nichts. Vielleicht sollte ich ihr mal irgendwie mit Rat und Tat zur Seite stehen. Meinst du, das hilft? Also ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ob sie über Jungsprobleme mit ihrer Mama reden möchte. Also ich mische mich da nicht ein. Äh, Pia, meinst du wirklich, so ein Candlelight Dinner, das sollte ich machen? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Äh, wieso? Ich meine, das kommt richtig gut an. Glaub mir. Na gut, ich hatte nur eins mit Herrn Handsome. Also das ist ganz schön nach hinten losgegangen. Aber egal, Philipp ist anders. Ach ja, ich erinnere mich, dass Candlelight Dinner als du in unseren Englisch-Lehrer verliebt warst. Pia, vielleicht sollte ich von dir lieber keine Ratschläge annehmen. Ach, hey Mädels. Ich meine, ihr könnt gerne von mir Ratschläge annehmen. Ich bin schon seit Jahren glücklich verheiratet. Und ich meine, mit Papa und mir läuft's doch gut. Och, Mama. Also da musst du dich jetzt wirklich nicht einschalten. Das ist eher so eine Sache von uns. Also Teenager-mäßig und nicht Erwachsenen-mäßig. Ach, Papa la Papp. Ich meine, da hat sich doch die letzten Jahrzehnte nichts geändert. Ich kann mich auch noch an meine Schulzeit erinnern. Also ich fände es toll, wenn du Philipp einfach überraschen würdest. Einfach mit seiner Lieblingsspeise oder irgendwie spontan hingehen und einfach mal klingeln. Also ich finde die Idee gar nicht so schlecht, Hanna. Das könnten wir wirklich machen. Okay, Pia, ich klingel jetzt. Aber ich habe noch gar keinen Text zurechtgelegt, was ich denn jetzt sagen soll. Ich habe nur seine Lieblingsweingummis. Äh, Hanna, wenn du jetzt klingelst, ich meine, dann kommt irgendwie sein Vater an die Tür oder keine Ahnung. Das ist doch keine richtige Überraschung für Philipp. Lass uns das lieber irgendwie ein bisschen anders angehen. Anders angehen? Äh, wie meinst du das denn jetzt, Pia? Ich meine, wir könnten, oder du könntest einfach an sein Fenster anklopfen oder so. Äh, das war deine Idee, Pia. Äh, Pia, vielleicht solltest du das lieber mit dem Fenster machen. Oh, ja, oh ja, okay. Mann, du bist ein ganz schöner Angsthase, Hanna. Naja, immerhin lasse ich mich die ganze Zeit hier von euch überzeugen. Ich meine, diese Überraschung war auch nicht meine Idee. Ist ja gut. Ich werde jetzt hier die Trappe hochgehen. Da drüben ist ja sein Zimmer. Dann werde ich mal klopfen. Und dann ist er total aus dem Häuschen. Okay, Pia, gib mir dann ein Zeichen, wenn ich hochkommen soll. Ich warte so lange hier unten. Hey du, Philipp, also ich meine, ich finde es richtig cool, dass wir jetzt so viel miteinander machen. Und ich meine, auch mit dem Feuerwehrcamp, der hat uns richtig gut kennengelernt. Ich finde es richtig cool, mit dir abzuhängen. Ja, Clarissa, also ich finde es cool, wenn du mich besuchen kommst. Ich meine, auch wenn du dann zu Hause Probleme hast oder so, ich bin dann gerne für dich da. Das freut mich auf jeden Fall zu hören, Philipp. Ich meine, ich weiß, ich kann auf dich zählen. Du bedeutest mir wirklich viel. Ach du dickes Ei, das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Wer ist denn das Mädchen? Das habe ich noch nie gesehen. Äh, Pia, ach du dickes Ei, war das jetzt mein Zeichen? Soll ich hochkommen? Äh, nein, nein, da war, also ich meine, Philipp ist gar nicht zu Hause. Wir versuchen das nochmal wann anders. Hallo? War da jemand oder war das vielleicht mal wieder ein Eichhörnchen? Ich weiß es nicht. Pia, mit wem hast du denn da gerade geredet? Äh, ach nichts, nichts. Ich habe nur Selbstgespräche geführt. Alles in Ordnung. Ich meine, da war, weiß ich auch nicht, das Fenster war total dreckig. Wir sollten besser ganz schnell nach Hause gehen. Ich meine, Philipp ist nicht zu Hause. Deshalb, warum sollten wir hier länger bleiben? Pia, warum hast du es denn jetzt so eilig hier wegzukommen? Wir könnten ihm doch vielleicht noch einen Zettel oder einen Brief in den Briefkasten werfen. Nein, lass es einfach, Hannah. Äh, du Philipp, sag mal, wollen wir nicht noch einen Film zusammen gucken? Ich meine, das wäre doch total cool. Zum Beispiel Vajana. Ich meine, Vajana ist richtig klasse. Ach so, Vajana, ja, das gucke ich sonst eigentlich mit Hannah. Also ich finde, den Film kann man nie häufig genug sehen. Der wird auch nie langweilig. Lass uns den bitte gucken. Hey Mädels, und wie war es bei Philipp? Ich meine, lief alles gut? Hätte er sich gefreut? Warum sind die Weingummis noch hier? Ach nee, wir haben Philipp überhaupt nicht getroffen. Der war gar nicht zu Hause. Also dieser Spontanbesuch hat nicht geklappt. Oh, okay, schade. Ja, ich meine, man hätte auch vorher anrufen können. Aber dann wäre es eben keine Überraschung gewesen. Und wollt ihr dann später nochmal hin? Oder wie sieht es jetzt aus? Auf gar keinen Fall. Ich gehe da doch nicht nochmal hin. Ich meine, das hat mir einmal schon gereicht. Ach, Pia, ich weiß gar nicht, warum du dich jetzt so aufregst. Du hast mir doch gesagt, dass du mir hilfst bei der Überraschung. Und so weit weg wohnt Philipp jetzt auch nicht. Ach, ich habe jetzt nur meine Meinung geändert. Ich meine, warum sollten wir jetzt den Jungs hinterherlaufen? Das macht einfach keinen Sinn. Ach, herrje, Mini, ich glaube, das ist gar nicht so einfach als beste Freundin. Vielleicht fühlt sich Pia ein bisschen vernachlässigt oder so. Vielleicht ist sie eifersüchtig auf Philipp und Hannah. Wir gehen wieder nach oben. Und Pia, du musst doch jetzt hier nicht einen Streit anzetteln vor meiner Mutter. Ach du, Hannah, wir haben doch noch Hausaufgaben auf. Das habe ich total vergessen. Hier in Chemie mit den Periodensystemen und so. Das müssen wir doch noch weiter üben. Pia, seit wann bist du so eine vorbildliche Schülerin? Also wir müssen jetzt nichts für Chemie üben. Wir haben noch Wochenende. Also was hältst du davon, wenn ich jetzt ein Foto von Philipp und mir nehme? Wir haben hier so ein paar Selfies. Und dann checke ich ihm das und dann schreibe ich dazu, erinnerst du dich noch? Ich vermisse dich oder so. Weißt du was, Hannah, davon halte ich rein gar nichts. Lass es einfach. Schreib ihn nicht an. Ich bin wirklich dafür, dass du mal über ihn hinwegkommen solltest. Was meinst du denn damit, bitte schön, Pia? Warum soll ich über ihn hinwegkommen? Naja, ich meine, darum halt. Oh Mann, das ist ja nicht auszuhalten. Seit Stunden geht es nur noch um dieses Thema. Also Malik und ich haben nicht solche Probleme. Na gut, Malik ist auch nicht mein fester Freund. Und wir gehen in die Kita. Oh Mann, ich will gar nicht so alt werden wie Hannah. Das läuft alles aus dem Ruder. Oh, Hannah, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Ich meine, ich will jetzt auch nicht dich so anmeckern oder so oder dich anfahren, aber es ist schwer. Oh nein, Pia, jetzt sag nicht, du bist in jemanden verliebt, den ich kenne. Ich glaube, es hat an der Tür geklingelt. Vielleicht ist das ja Philipp. Und vielleicht hat er doch gemerkt, dass jemand bei ihm zu Hause war. Hallo Frau Vogel, wir sind nur spontan vorbeigekommen. Wir wollten eigentlich nur Hannah besuchen oder sie abholen. Ist sie denn da? Hi Philipp, ja, sie ist da. Sie ist oben in ihrem Zimmer mit Pia. Ich weiß nicht, ob das ein guter Zeitpunkt ist. Ach, mit Pia noch besser. Dann können wir ja gleich zwei gegen zwei spielen. Ich gehe da nach oben. Ich kenne ja ihr Zimmer. Also ich hoffe nicht, dass die beiden da jetzt in irgendwas reingeraten. Und wer ist eigentlich das Mädchen? Ich habe das noch nie gesehen. Pia, ich muss sagen, du verhältst dich total seltsam. Sondern wir bei Philipp waren. Bist du etwa Gipsud? Du bist in Philipp verliebt. Ja, jetzt fällt es mir auf. Du willst, dass ich mit ihm Schluss mache, damit du mit ihm zusammen sein kannst. Was? Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin nicht in Philipp verliebt. Wieso denn das? Wow, wow, wow. Ich wusste gar nicht, dass ich so begehrt bin. Oder geht es nicht um mich? Philipp, was machst du denn hier? Ich meine, der hat mir gerade noch gefehlt. Wir wollten eigentlich Hanna abholen. Aber Pia, wenn du hier bist, komm doch gerne mit. Wir wollten zum Spielplatz. Warum denn? Bia, Entschuldigung, kennen wir uns? Oh, ich habe euch noch gar nicht vorgestellt. Das ist Clarissa. Eine gute Kumpeline von mir. Also aus dem Feuerwehrcamp. Da haben wir uns kennengelernt. Ja, hi. Hallo, Clarissa. Ja, Hanna. Hanna ist mein Name. Tolles Zimmer hast du. Oh Mann, ey. Der kann doch hier nicht mit seiner neuen Freundin auftauchen. Ach ja, Philipp. Wir waren ja eben schon bei dir und wollten dir Weingummis bringen. Warst du unterwegs? Naja, also wir waren zu Hause und haben bei Hanna geguckt. Sogar zweimal. Also Clarissa mag den Film wirklich sehr. Philipp, sag mal, ihr habt Bajana geguckt. Du weißt genau, dass das mein Lieblingsfilm ist und dass wir den immer zusammen geguckt haben. Und warum treffst du dich überhaupt hinter meinem Rücken mit einem anderen Mädchen? Äh, also ich meine, Bajana ist ein klasse Film. Da kann man nichts gegen sagen. Und warum ist jetzt hier so schlechte Stimmung? Hanna, nimm dich mal zurück. Ich kläre das jetzt hier. Philipp, du kannst hier wirklich nicht deine neue Freundin hinbringen. Ich meine, ich habe euch gesehen, als ich durchs Fenster geguckt habe. Äh, Philipp, es tut mir leid, dass die Situation hier gerade so aus dem Ruder läuft. Aber ich wollte das alles nicht. Wir wollten doch nur zum Spielplatz. Philipp, ich verstehe nicht, was los ist. Ich meine, erst das mit dem Feuerwehrcamp, da hast du mir nicht Bescheid gesagt. Jetzt triffst du dich mit einem anderen Mädchen. Ich wollte dich eben überraschen. Und du? Hanna, beruhig dich doch mal. Ich habe hier nichts heimlich gemacht. Ich stelle euch doch vor. Also, ich verstehe nicht, was das Problem ist. Sie ist eine Kumpuline und du bist meine Freundin. Äh, Philipp, ich glaube, ich gehe lieber nach unten und warte da. Oder ich gehe schon mal hervor zum Spielplatz. Ich denke, du solltest das besser mit Hanna selber klären. Ja, warte, Clarissa. Ich komme direkt mit, als ob ich mich hier beschuldigen lasse von denen. Ich komme direkt. Philipp, halt, stopp. Du kannst doch jetzt nicht gehen. Ich meine, ziehst du jetzt das andere Mädchen vor? Du musst dich zwischen uns entscheiden. Nein, weißt du was? Also, muss ich gar nicht. Ich wollte einfach nur mit Clarissa befreundet sein, weil sie hat Probleme. Sie ist in einer Pflegefamilie. Und ich habe einfach nur ein offenes Ohr für sie. Mehr nicht. Oh, Backe, das hätte er ja nicht sagen sollen. Ich meine, das hat Clarissa gehört. Bitte was, Philipp? Ich meine, du hast dich nur mit mir getroffen, weil du Mitleid empfindest mit mir? Nein, so meine ich das doch gar nicht. Wir sind auf einer Wellenlänge. Ich habe doch auch Probleme mit meinen Eltern. Weißt du doch, hatte ich dir doch auch erzählt. So meine ich das nicht. Oh Mann, Philipp, ich habe mich total an dir getäuscht. Ich gehe. Und deinen Fußball kannst du behalten. Ich wollte doch einfach nur helfen. Und jetzt ist alles schief gelaufen. Ach, Philipp, komm schon, Kopf hoch. Also, ich bin vielleicht ein bisschen zu eifersüchtig gewesen. Aber es lag nur an Vajana, weil das doch mein Lieblingsfilm ist. Also, mir tut es auch leid. Ich meine, ich habe da echt was reininterpretiert. Ich wusste, also, ich kannte Clarissa nicht. Und dann war sie mit dir in deinem Zimmer und so. Und, ach, ich weiß auch nicht. Philipp, deine Lieblingssüßigkeiten hatte ich dir extra besorgt als Überraschung. Vielleicht können sie dich ein bisschen aufmuntern. Ja, das vielleicht nicht. Aber danke. Also, auch danke, dass du an mich gedacht hast. Und ich werde mir wieder Zeit für dich nehmen, okay? Oh Mann, wir hätten mal mehr Süßigkeiten holen sollen. Weil ich glaube, bei Clarissa musst du dich jetzt auch noch entschuldigen, Philipp.